Das ist Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gotthorff. Er hat im Jahr 1665 die Kieler Universität gegründet. Und das ist Christine. Christine kennen wir als Symbol für den Frieden aus dem Siegel der Kieler Uni. Naja, eigentlich heißt Christine ja gar nicht Christine, sondern Jenny. Und Herzog Christian Albrecht heißt im wahren Leben Harry. Aber da die CAU in diesem Jahr 350 Jahre alt wird, wollen die beiden die Uni kräftig unterstützen und als Christian und Christine mit uns und mit Ihnen feiern. Feiern Sie mit! Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!